hallo freunde willkommen zurück halli hallo halli hallo wie sie so heute ist das große finale ja so ist es mit happy end davon gehe ich mal aus ach so ab wo happy end ich habe dir noch was gebaut für notfall ja ein so ein schaber also ich wieder nicht mit rüber oder du stirbst oder ich dass jeder ein hat dass wir den also fast gestern ein bisschen scherber ja super denn ja hier drei die müssen ab die müssen ab die krank pflegen ist beendet ja ich habe alle rechse gesund gemacht er hat nur einen inventar platz wenn da was liegt dann wieder nicht ja so ich habe zwei stellt sie wieder drauf ich hätte eins ja dann reicht das ja so dann gehen wir mal teleportieren dann gehen wir mal direkt abholen ja die stehen ja schon ja ja aber trotzdem müssen die noch mitkommen ask hat nord aber bitte ask hat ihr habt gute die ist geleistet die würde ich am liebsten wieder mitnehmen für sich am liebsten mitnehmen nach asa rüber ja aber das geht ja nicht so ich habe noch sendestörung ok wo waren die jungs da sind die jungs so du kommst nicht in die tüte ja doch nicht ich will nicht den lassen da wenn ich dir ach so ach du stirbst du nicht du hältst dich ein bisschen zurück diesmal so im hintergrund da kämpfen und unter ande von unsere ne da hinten ok so wo ist mein kollege doch mal die kommen mit mein freund du sitzt auf so ramba zamba wenn ich gehöre und schön gerade drauf zugeht dann aber die vielleicht alle drauf auf anschlag ja ein haften bieber denn wir stehen hier ja jetzt haben wir das zement gesucht ne ja hast du jetzt stress mit mir das sieht ja schon mal ganz gut aus sind wir alle da ja und alle schön in der mitte ne nicht alle warte ach auf dem bist du wahrscheinlich her gekommen ne auf dem weißen äh der hat sich einen anderen weg ne ne ich bin ja der hat sich ein ich bin ja hier ja der muss bitte noch ein bisschen rein rutschen ja dankeschön er kann sich schön drunter verstecken aber so komme ich auch runter hast du drin ja ich habe meinte drin ja dann geht's los ab zum große final und diesmal lass dich nie so abstechen ich mach das ja bisschen von entfernen ja ja schönen abstand halten was schätzt du kommen alle durch ja ne ich glaub schon fluch wieso hast du eiswürfel und ich auch shitte mh eiswürfel ich bin auf ich bin auf irgendein rex geht ja schon wieder los hier wo bist denn mein general ok wo ist der kollege dahin oh 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 gut zieh dich schon da hin am kämpfen ganz knapp die kurve bekommen hier manche rexen vor dem abgrund ich gehe lieber ein bisschen rückwärts bin dem so nah ich gehe lieber ein bisschen rückwärts bin dem so nah wo ist er denn jetzt in der mitte von dem rexen in der mitte von dem rexen in der mitte von dem rexen und das herrn das herrn dass du Platz hast. Habe ich. Da liegt er. Äh, ich habe hier, guck mal, was ich an für ein Item geschickt habe. Oh, ich habe das aufgekriegt. Hast du auch einen... Ja, einen Fenrir habe ich auch bekommen. Ich nicht. Also, da wissen wir das jetzt. Es bekommt immer nur einer. Ja. Das ist ein Skin, ne? Für ein... Ach, du musst es auf ein Tech-Schwert. Musst du das drauf machen. Ach, für den Tech-Schwert? Mhm. So, okay. Nee, ich höre ihn so nicht. Ja. So. Bringen wir dir zurück zu Futtertrog? Ich denke schon, ja. Äh. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung der war. Äh, nee, nicht dem Futtertrog. Hier, äh, nach Hause. Ach so, direkt teleportieren. Ja, ja. So, wenn die so schön brav zusammen sind. Aber wir haben kein Tier verloren, ne? Nee. Und große Kratzer, äh, ja, kann mich auf die Nase. Große Kratzer haben, die scheinbar nicht, also. So, was ich gerade sehe, Megatherium, ja, Gesundheit ein bisschen angekratzt, aber das ist nicht, äh... Nicht der Rede wert, ne? Nee. So, mal kurz warten, dass, äh, ihr, sie, ihr... Ich lade noch. Ja. So, alles klar. Dann los. Äh, das gefällt dir nicht, was du siehst. So, ich muss noch mal auf mein Tier drauf. Ich war unter meinem Tier am Reiten. Ach so. Ich sehe wirklich kaum irgendein Kratzer. Hm. So gut wie gar keine Blutflecken, ne? Ach, ich sehe da einen nicht im Futtertrog. Ja, ich kümmere mich. Ist da überhaupt was drin in dem Futtertrog? Nee, ne? Äh, weiß ich jetzt nicht. Wer hat getötet? Weißt du, ob die Fremdriebe noch was, äh, abgibt? Das weiß ich nicht. Müssen wir halt durchgucken. Durch die Beine. Jo. Ja, sicher den Kopf. Ja, sicher den braucht man. Und sonst nix, ne? Nee. Boah, vier Punkte. Aber die sind wirklich alle gern gesund. Also die Investition mit der Matratze. Mit dem Sattel hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, auf das Ganze, auf die ganze Boss-Kram aber nur ein Tod zu beklagen, ne? Ja, ein einziges Megatherium. Hat's nicht gesch... Nee, es war gar kein Megatherium. Ups! Nein! Ist tot. Jetzt müssen wir aber hier wieder aufräumen. Aber die sind noch im Futtertrog. Ja, ne? Ja, beruhigt dich. Mensch. So, trotzdem will ich mein Velo nicht hier lassen. Der gehört nicht zu dem Boss-Arm. Der kommt nach Hause, die Velo. So, wo ist denn meine Maus? Willst du denn generell hier bei der Rex? Ja. Der hat keine Aufgaben mehr jetzt. Ja. Das ist fast ein bisschen enttäuschend. Einfach gewesen, ne? Ja. Aber das muss ich auch nicht auf die Asa-Aufgabe verspiegeln, ne? Das sind andere Einstellungen. Ja. Obwohl, ja, fast einfach. Wir haben auch darauf gearbeitet, dass es einfacher ist, ne? Wir haben gute Rexen. Gezüchtet, wie die Irren, ja. Gezüchtet, gelevelt. Wenn du mal es einfach, dann kannst du auch sagen, okay, ich zähme 10 Rex, die level ich, stelle ich den total OP, den Server, und ich gehe damit 10 Rex im Alpha. Das wäre einfach. Aber ja, so gesehen, haben wir uns schon Mühe gegeben, ne? Der Kampf war einfach, weil wir die Tiere gut gelevelt haben und vorbereitet haben. Weil immerhin ein Megatechum verloren bei der Brutmutter. Ja. Hätte den Kampf mit dem Drache zwei Minuten länger gedauert, hätten wir auch zwei Rexen verloren. Ja, der eine, der war echt knapp am Limit. Eine war mit 2000 Lehm übrig geblieben und der andere mit drei. Von über 100.000. Ja. Das ist den Sätteln zu verdanken gewesen, dass sie es geschafft haben. Ja. Ein Podest brauchen wir noch. Ein Podest, ja. Ich muss eh noch cool down. Ja, ich habe auch. Wieso hast du noch was eingeführt? Ja, ich habe die Maus rausgeworfen. Hier in den Fenrir, den dritten. Achso, jo. So, da muss ich jetzt mal, ich brauche ein bisschen Metall, 50 war es, du hast es gelernt. 50 Metall, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob du noch genug Holz hast. Ja. Es ist alles da, was du brauchst, normalerweise. Also, das war großes Podest, 1000 Holz, wie abgezählt, guck mal. Mhm. Ja, ich muss vorher alles rüberlegen, es wird sonst nichts. Also. Ach, du hast den dritten Fenrir-Trophäe? Ja. Ist jetzt hier im Schrank drin. Warum kann ich es nicht nehmen? Was habe ich denn noch so schweres? Nee, 1000 Holz haben sie gesagt, oder? Ja, du hast 1000 gesagt. Warum wird das richtig? Da kann das ja wieder raus. Zack. Und die Hälfte und dann noch ein paar Steine, nämlich 250? 250. Und dann noch? 1250 Stroh. Ja. Das raus. So. Und den letzten hast du ja. Hast du? Wird gebaut. so so die haut habe ich die ja da steht die 3 ich habe noch ein paar sekunden für den heute wird du bist der alf der gamma gewesen ich hole noch den anderen und ja der eine ist level 225 sozusagen die perfekte zähmung da kommt jetzt 225 maximal raus weil also ein 150er perfekt gezähmt ist 224 da sind die drei gute jungs mit ihren passenden trophäden im hintergrund er hat wenigstens ein bisschen rote strümpfe an die strümpfe ja die sind alle ein bisschen anders wie die oberlippen so weibchen 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 na super die gehen sie so nicht zu verfahren deswegen gehen die ja nicht zu verfahren weil das in gewalt wo das zufall wo rennst du hin ich will das podest aufstellen ist das nicht hier ja ich glaube das recht und wohin wo oft da wurde bär steht hier ja dann muss er mal umziehen oder runter geht auch so und zack ups verkehrt rum aber sogar so er darf auch mal anders stehen ist das ein riesen tier der sieht aber genauso aus wie die beiden hier ja nur noch nummer nicht ist nicht nur mal größer ja es ist das sind genau die gleiche dann müssen wir den so gut die fahne ja wo willst du den haben ja unten und die zufallstraße dann ist das vor allem zu fahrt so perfekt so und ein ein alle 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 zu wünschen ob ich ja noch ja sie hat mal irgendwann diese die 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 flügel gefunden er hat zwei stück sogar diese operation flügel so auf die klamotten muss aber bestimmt erst ausziehen ich würde mal versuchen ach so ein text schwert kann man problem und replikator ne ja du musst erst mal alles bauen ja na gut ne ich habe das noch nie gemacht ich stürze bestimmt ab ich gucke dir zu auf so du bringst mich nach oben wieso wenn du abstürzen es macht flatsch das bett ist nie weit weg ach so und dann vogel fock dir ich sehe dich schon gar nicht mehr ne ne du bist schon weg so man sollte ja nie ein vogel absteigen ah mal durch die mäpfel wow dieses optik ne ja so schnell sie kommen wir nicht von a nach b mit dem ab jetzt noch genug hast du nach hause zu kommen ich habe ein vogel dabei also den irgendwo irgendwo bumm au hab ich die nase abgeschraubt so auf jeden fall ist auch folgen so was der plan zumindest aber irgendwann bleibt er auch stehen wenn der dich verloren hat ne ja deswegen sag ich so was der plan jetzt hat er noch seine maus verloren ich bin natürlich zu fuß ne ja ja ich komme schon in deine richtung da bist du aber kannst du durch ran das ja ja da ist nix aber deine fledermaus habe ich sogar meine eigene fledermaus abgeschüttet ja weil irgendwann bleiben die stehen wenn sie dich verlieren da ist ja wieder was angestellt ach da ist sie doch da ist sie doch wir kennen uns schon seit ein paar wochen ne also monate könnte man fast sagen ja du weißt dass das mal ein bisschen verrückt ist so und vergiss immer sein tier ab zu anzuhalten zu halten ja was soll man dann noch dazu sagen es ist hat sich gar kein euro wiedersehen das ist schon fast ein lebwohl ja irgendwie schon mal survival der wohl obwohl man für sie sagt das nicht also ein paar karten hätten wir immer noch noch nie gespielt ja aber wir haben noch jetzt also da wird wird man sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren förder war cool wirklich schön war schön richtig spaß gemacht es war ein paar frustrierten moment dabei ohne geht es aber auch nicht ohne geht nicht die nacht sie sehr dunkel und ja dann würde ich sagen danke für zuschauen danke fürs zuschauen und wir sehen uns in asa und wir sind auch also bis dann tschau tschau